Neu auf ProSieben. Ein Läufer. Sechs Hindernisse. Eine Million Euro. Das Problem? Der Jäger. Mit dem Bizeps kann er ja schon mal mithalten, aber beim Rest wahrscheinlich nicht. Sag mal, was ist nicht zum Frühstück? Fuck! Lass mich die Spiele beginnen! Rennt zur Million, wenn du kannst. Ab Dienstag, 20.15 Uhr. ProSieben.